Ein herzliches Konzept von Let's Fun! Hey there, ich bin hier gerade am Schiff auffüllen und ihr seht es auch schon am Titel. Ich wollte heute nochmal die Situation nutzen, um mit euch ein bisschen über das Update zu reden, was ja in den nächsten Tagen bzw. Wochen kommen wird. Ähm, ja, also, ich habe ja schon groß angekündigt und wie es immer auch so ist, wenn man so etwas groß ankündigt, dann geht es auch groß in die Hose. Ey, ich habe mich gerade, wie gesagt, ich habe eben die Update-Infos bekommen und ich darf ja natürlich nicht sagen, was jetzt in dem Update drin ist, aber ich kann ein bisschen darüber reden, was wir vorher schon spekuliert hatten, was ich vorher vielleicht schon angeteast habe und was wir als gesamte Community vermutet haben, spekuliert haben, nicht kommt, bzw. auch, ja, also die Sachen, worüber wir geredet haben, wo ich noch nicht wusste, was im Update drin ist, deswegen darüber können wir ja reden, weil das ist ja erlaubt, ja, wie gesagt, was im Update drin kommt, darf ich aber noch nicht sagen, das kommt die Tage. Genau, auf jeden Fall das große Feature oder das sehr gute Feature, was ich ja so angekündigt habe, hier in dem Video, ich blende es mal irgendwo ein jetzt hier, könnt ihr auch mal abchecken, ähm, weil da habe ich es ausführlich, ja, was heißt ausführlich erklärt, also ich durfte es natürlich nicht erklären, aber ich habe ein bisschen mehr darüber geredet und das Thumbnail war halt der Teaser, deswegen checkt das auf jeden Fall mal ab, das Video, aber was ich sagen kann, ist, dass das Feature leider erst im Sommer kommt, also wir müssen uns noch zwei, drei Monate länger gedulden, also Sommerupdate ist immer Juni, Juli, jetzt Osterupdate ist ja meistens immer April, deswegen zwei, drei Monate länger müssen wir noch auf das Feature warten, ist ein bisschen traurig, also ich habe mich echt darauf gefreut, weil es ist echt richtig geil, ähm, deswegen checkt euch mal das Video ab, wo ich darüber geredet habe und, ja, also ich war echt geschockt, dass, äh, ja, oh, ist echt schwer darüber zu reden, ich war es mir auch echt immer schwer, ne, also ich war echt geschockt, dass das Feature nicht dabei ist, weil es war halt auch groß im Gespräch, es war häufig in den Meetings, in den Diskussionen am Start und haben sich schon alle so darauf gefreut und dann halt die Info zu bekommen, dass es halt nicht kommt, ist halt schon sehr, ja, sehr ärgerlich. Soll nicht heißen, dass das nächste Update schlecht ist, ich will das jetzt nicht runterreden, das nächste Update, kann ich euch sagen, hat auch einiges Gutes wieder auf Lager, ich freue mich trotzdem sehr aufs Update, es sind, ja, wie immer so ungefähr sieben bis zehn Inhalte vom Update, also so grobe Inhalte, wie man das ja auch kennt von den letzten Updates und, ja, keine große Überraschung, also wenn ihr das Update bekommen, werdet ihr nichts mega heftig Überraschendes sehen, aber auch nichts Schlechtes, das kann ich euch auch sagen, weil ich finde alles, was in dem Update drin ist, ist zwar nicht überraschend, aber es ist auch richtig cool, deswegen können wir uns darauf auf jeden Fall freuen und, ja, was kann ich noch sagen, ähm, vertraut nicht den Spoilern, die man manchmal irgendwo anders sieht, äh, weil vieles stimmt davon nicht, klar, man sollte die, also wenn ihr die anguckt, solltet ihr auf jeden Fall mit Vorsicht genießen, weil es, man weiß nie, ob es überhaupt kommt, man weiß nie, wann es kommt und, ja, man kann es sich angucken, man kann aber auch warten, bis offiziell irgendwas kommt, deswegen, also, Beispiel bei mir zum Beispiel, ich gucke ja immer One Piece, das ist so mein Ding, schon seit 2002 oder 2003 gucke ich das, also schon sehr lange, ich bin aber erst 18, also nicht vergessen, und, ja, also, ich gucke da auch nie die Spoiler, weil, ach, die sind auch so oft fehlerhaft und, ja, ich weiß nicht, also es ist einfach nur so nervig, wenn, wenn dann irgendwas in den Spoilern steht, was dann nicht vorkommt oder so, deswegen kann ich nur sagen, ey, scheiß auf diese inoffiziellen Kackseiten, die nur so ein, ja, die nur so ein Kack posten, deswegen guckt lieber hier die offiziellen YouTube-Kanäle, wie mich zum Beispiel, ich darf nur offizielles sagen, was auf wirklich stimmt und, ja, oder wie Ricky oder Gizmo oder so, deswegen, nutzt die Quellen, nutzt nicht irgendwelche Schmutzquellen oder so, ich will jetzt auch nicht runterreden, also, weil ich weiß ja nicht, was die noch so machen, aber, ja, aber was diese Posts und so angeht, ignorieren und am besten nicht folgen oder so, den Leuten, genau, aber sonst, was das Update betrifft, ist halt, wie ich eben schon sagte, keine riesen Überraschung, aber trotzdem richtig gut das Update, für mich speziell, weil ich ja auch diese Spoiler-Dinger und so geschickt bekomme, war es trotzdem noch eine, was heißt trotzdem noch, also, nicht trotzdem noch, es war echt eine Überraschung, was das Update angeht, also, alles, weil ich habe echt nicht so mit dem ganzen Zeug gerechnet, vor allem nicht mit so viel, also, ich finde schon, dass es für ein Oster-Update ein großes Update ist, die größten Updates sind ja normalerweise im Sommer und im Winter immer, deswegen, was das Update angeht, auf jeden Fall etwas Größeres, und, ja, ey, das ist so scheiße, wenn man so drum herum reden muss, das ist echt schwer, muss ich euch sagen, deswegen lassen wir das jetzt, glaube ich, am besten, ich glaube, das war auch alles, was ich zum Update sagen kann, Ihr könnt ja mal gerne Fragen in die Kommentare stellen, vielleicht kann ich davon ein paar beantworten, weil ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern ich jetzt noch weiter darüber reden soll, weil ich halt nicht genau sagen darf, wann es kommt, nicht genau sagen darf, was drin ist, und, ja, eigentlich darf ich gar nichts darüber sagen, außer halt das, was wir vermutet haben, dass das halt nicht kommt. Viele Wünsche von der Community kommen auch nicht im Update dran, also, es waren ja schon mal viele Tierwünsche, jetzt so speziell, wir hatten ja auch mal einen Stream gemacht, wo wir uns auch viel, was Update-Inhalte angeht, wünschen, davon kommt wirklich auch nichts in dem Update, also, es ist wirklich alles was anderes, was wir, zumindest meine, beziehungsweise unsere Community sich gewünscht hat, kommt nicht drin vor. Ich hab das auch nochmal abgecheckt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher Stream, wenn ich's finde, blende ich's auch hier irgendwo ein, wo wir diskutiert hatten. Ja, bisschen schade, aber deswegen ist es ja umso eine größere Überraschung, was das Update angeht, also, ich würd's nicht sagen, dass alles unerwartet ist, aber auf jeden Fall Sachen, die man jetzt nicht so auf dem Schirm habt, also, vor allem, das ist eine Sache, das ist so ein Ding, damit hab ich nie gerechnet, dass das überhaupt ins Spiel kommt, also, hä? Da sagt ich mir so, WTF, was will man damit? Also, keine Ahnung, ich wusste auch gar nicht, dass das denn echt so ein großes Ding ist, also, in Deutschland ist das auf jeden Fall nicht so ein großes Ding, würde ich jetzt einfach, obwohl, ja, je nachdem, was man für eine Person ist, also, für mich war es halt nie so ein großes Ding, deswegen dachte ich dann so, hä? Warum das und nicht erst das, was wir zum Beispiel schon vermutet hatten? Aber, ja, wenn wir das Update uns angucken, wird das auf jeden Fall alles für euch noch mehr Sinn machen, deswegen checkt auf jeden Fall, dass ihr auch abonniert habt hier und dann verpasst ihr nicht, wenn das Update dann am Ende kommt, ja. Ich freu mich auf jeden Fall sehr. Es wird ein sehr cooler April wieder werden, also, es kommt ja immer im April, das Oster-Update, deswegen, und immer Montags, also, ihr könnt schon mal sicher sein, dass es auf jeden Fall ein Montag im April sein wird und meistens vor Ostern. Ich weiß jetzt gerade nicht, wann Ostern ist, deswegen kann ich nicht sagen, ob es jetzt vor oder nach Ostern kommt, selbst wenn dürfte ich auch nicht, aber meistens kommt es vor Ostern. Ich weiß gerade echt nicht, wann Ostern ist. Kann auch sein, dass es danach kommt. Auf jeden Fall Montag im April, also, es gibt ja nicht so viele Montage im April, deswegen, checkt das auf jeden Fall aus, dann verpasst ihr nichts hier auf dem Kanal. Es wäre irgendwie lustig, wenn, obwohl, nee, es wäre eher traurig, wenn Heyder jetzt das Video hier guckt und denkt, ich würde dir alles verraten, wann das kommt und so, aber das wäre irgendwie komisch, weil Updates kommen ja immer Montags und Oster-Updates kommen auch immer im April, deswegen, also, ein großes Verraten ist es nicht, außer wenn es jetzt unerwartet verschoben würde und ich würde dann sagen, ey, das Update wird verschoben auf einem anderen Monat. Das wäre verraten, aber da es ja immer im April kommt und immer vor Ostern, oh nein, die wollte ich nicht löschen. Dann ist es ja eigentlich kein großes Verraten. Es ist kein Verraten. Es war immer so, seit 2012. Also, ich bitte euch. Wenn mir das einer als Verraten unterstellen würde, dann würde ich auslachen, glaube ich. Das ist ja, weiß nicht, das ist ja, wenn etwas immer so ist, dann ist es ja kein Verraten mehr. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr verwirrt. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen aufklären. Jetzt habe ich euch, glaube ich, noch mehr verwirrt, als ich euch aufgeklärt habe. Aber was ich euch sagen will, ist halt auf jeden Fall, dass das große Feature nicht dabei ist, sondern im Sommer dann sehr wahrscheinlich kommt. Also, sie haben nicht gesagt, es kommt jetzt im Sommer oder so, aber ich gehe mal davon aus, weil Halloween wird es nicht kommen, weil Halloween ist auch so ein Update wie Ostern. Also, etwas kleiner meistens. Deswegen wird es dann sehr wahrscheinlich im Sommer kommen und auch nicht im Winter. Also, es war so gut wie fertig, so wie ich gehört habe. Deswegen scheint es wahrscheinlich dann noch irgendwelche Bugs zu geben, die es ja sowieso immer bei jedem Update gibt. Auch wenn es jetzt später kommt, es wird trotzdem Bugs geben, wie immer. Ist halt Heyday. Wir lieben Heyday dafür, dass sie Updates machen und wir lieben auch genauso gut die Bugs, die dann immer mit den Updates kommen. Es ist immer lustig, ist es immer ein Erlebnis. So. Update-mäßig habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt. Und die Sachen, die immer im Update kommen, die sind natürlich auch wieder am Start. Aber auch Überraschung. Ich muss sagen, Sachen, die immer kommen, sind auch am Start, aber auch Überraschung. Ich spreche nur in Rätseln, ich weiß. Also, für Leute, die mich jetzt hier zum ersten Mal sehen oder gucken, ist das bestimmt Horror jetzt, weil die gar nicht wissen, was los ist. Aber, ja, guckt ein paar mehr Videos von mir, dann wisst ihr genau, was ich meine. Wobei, selbst dann ist es noch schwierig, aber ihr wisst. Gestern war ja auch so ein spannendes Video zum Beispiel. Aber ich will ja auch nicht zu viel verraten, deswegen lassen wir jetzt das Update-Thema ein bisschen beiseite. Ich habe, glaube ich, genug drüber geredet. Zehn Minuten, ey. Zehn Minuten über das Update geredet, obwohl ich nicht gesagt habe, was drin vorkommt. Das musst du auch immer schaffen, oder? Zehn Minuten über ein Update zu reden, wo man nicht sagt, was drin vorkommt. Das ist schwer. Aber wir haben es geschafft. Ja, aber ansonsten, hier farmmäßig habe ich alles im Griff. LKWs habe ich abgeschickt. Ich bin auch gut am Leveln, gut dabei, hier das nächste Level zu schaffen. Im letzten, oder im vorletzten Part habe ich ja gesagt, mein Levelziel ist Level 250, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich meinte Level 300. Aber habe ich ja schon im Livestream aufgeklärt. Die Gewinne vom Stream sind übrigens auch schon verschickt. Also, falls ihr die Gewinne bekommen habt, dann schickt mir mal irgendwie, oder, teilt mich mal in der Story oder so auf Instagram, oder je nachdem, wo ihr es postet, oder schickt es mir nur privat, wenn ihr es nicht teilen wollt in der Story. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann teile ich das auch wieder. Ja, coole Sache. Und die nächsten Giveaways stehen dann auch schon wieder am Start. Ist ja dann wieder ein neues Quartal, da habe ich wieder mehr Möglichkeiten. Dann geht es auch wieder ab mit neuen Sachen, neuen Giveaways. Und ja, einfach, einfach eine coole Sache. Tja, müssen wir jetzt hier noch was machen. Ich wollte eigentlich noch die, äh, die Stadt machen. Machen wir das jetzt noch die Stadt? Ich weiß nicht. Also die Stadt ist immer so, ja, wie nennt man sie? Das ist so wie, wie soll ich es beschreiben? Das ist wie, wenn man noch eine halbe Tanknadel hat und sich überlegt, wie muss ich jetzt tanken oder nicht? Und wenn man das zu spät macht, dann bereut man es. Deswegen, wenn ich jetzt die Stadt nicht mache, bereue ich es vielleicht morgen, sie nicht gemacht zu haben. Versteht ihr, was ich meine? Das ist wie die halbe Tanknadel. Ich sag's euch. Deswegen gehen wir in die Stadt. Komm, scheiß drauf. Machen wir Stadt Acciona. Ach stimmt, die sind auch noch am Essen. Okay, die haben hier Geschenke gegeben. Was ist euer Lieblingsgebäude in der Stadt? Also wenn ich mich entscheiden müsste, also nicht jetzt, wo ich essen gehen würde, sondern allgemein wäre mein Lieblingsgebäude einfach die Pension. Weil Pension gibt so viel XP, so viel Geld. die Leute dauern nicht so lange da drin, die Leute dauern nicht so lange da drin, zumindest wenn man aus Maximum hat, so wie ich. Und, was ich auch cool finde, in der Pension ist, dass die Produkte, die man da reinschmeißen muss, echt sehr einfach sind im Verhältnis. Souvenirladen und Kino sind auch noch gut. Kurbad geht auch noch, aber Lebensmittelgeschäft und Imbiss sind am beschissensten. Also, weil Lebensmittelgeschäft braucht immer so eine Kacke, genauso wie Imbiss, also das finde ich immer Horror. Imbiss braucht meistens jetzt so Nachos und so, also alles, was so Käse hat. Lebensmittelgeschäft braucht, ja, Brot und so eine Scheiße in millionenfacher Höhe. Souvenirladen ist eigentlich ganz nice, weil das braucht immer nur Juweliersachen. Und, was haben wir noch? Ja, Strandcafé, ja, Strandcafé ist so ein Mittelding. Es geht. Mal so, mal so. Strandcafé ist ja in sich eigentlich kein schlechtes Gebäude. Imbiss, ja, weiß ich auch nicht. Habe ich eben schon gesagt, das ist ja Kacke. Also, beste Pension, dann würde ich sagen, Kino Kurbad. Dann Strandcafé und Souvenirladen auf einer Höhe und dann Imbiss und am letzten Platz Lebensmittelgeschäft. Es geht zwar schnell Lebensmittelgeschäft, verstehe mich nicht falsch, aber die Sachen, die man dafür braucht, sind einfach unterste Sau. Also, wenn ihr meine Streams und Videos verfolgt, ihr seht, dass ich oft immer im Lebensmittelgeschäft entweder keine Leute finde oder halt einfach das Gebäude leer ist, weil ich einfach alle nach Hause geschickt habe, weil ich keine Produkte habe. Und ich gebe da die meisten Sachen immer frei. also wir werden, jetzt kommt der Vorführeffekt, jetzt wird wahrscheinlich Lebensmittelgeschäft am besten sein, aber in den meisten Fällen ist es echt so, dass Lebensmittelgeschäft einfach nur Kacke ist. Lasst mich das auch mal in den Kommentaren, was mich mal interessieren, was euer Lieblingsgebäude ist und ja, welches nicht. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche voll sind. Ich hätte ein bisschen aufpassen sollen, aber habe ich natürlich nicht. Okay, Imbiss und Kino sind voll. Ist natürlich schlecht, die habe ich jetzt ganz oft geholt. Aber vielleicht haben wir ja Imbiss-Pech mit Nachos und so, dann kann ich die eh nach Hause schicken. Ja, super! Habe ich jetzt alle geholt, ne? Und ist auch noch voll! Oh, ne! Bitte auch nicht. Okay, das nicht. Jetzt habe ich hier sechs Leute stehen. Na, das ist immer belastend. So, Pension geht immer easy, peasy lemon squeezy über der Bühne, wie ihr seht. Immer! Also Pension ist echt immer easy. Kurball auch ganz, ja, gutes Ergebnis Kino, wird auch gut sein. Über Sesam-Kokant muss ich mal wieder machen. Habe ich nicht. So, Imbiss wird jetzt wieder horrormäßig sein. Oh, das war gut. Aber auch nur, weil ich gut Scheune im Moment habe. Hier, Zubinil. Oh, viermal bunte Käse. Ey, Blumenschall. Ja, moin. Wolle habe ich nicht. Alles klar. Hier, Zwiebel. Ja, weißer Zucker, Olivenöl, schon scheiße. Karotten und Käse. Ja, also, okay, es war jetzt genau, also nicht genauso, aber es war schon so ähnlich wie prophezeit. Also, Lebensmittelgeschäft ist echt belastend. Das, äh, ja. Da haben wir Dankeschreiben hier. Oh, wurde gefüllt. Muss ich nochmal kurz gucken. Jetzt wollte ich eigentlich Wolle kaufen, aber jetzt weiß ich, dass Wolle gefüllt ist, deswegen brauche ich keine Wolle mehr. Aber Wolle braucht trotzdem... Oh, der hat... nee, Toast mit Ziegenkäse noch. Jawohl. Noch bekommen das Toast mit Ziegenkäse. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weizen ernten und dann was anderes anbauen. Läuft bei uns. Boah, passt der H-Genau. Also nicht H-Genau, aber es passt. Ja, da kommt der LKW wieder angedüst. Schickt mal noch eine Aufgabe weg und dann gehen wir wieder in die Stadt und gucken, ob uns geholfen wurde. Das ist ja immer so eine Sache hier. Also nicht mit dem Helfen, sondern man sieht es ja nicht. Danke fürs Helfen. Dann bitten wir noch irgendwas. Sesamkrokant. Gute. Hello again. Mr. Schnauzbart. Ja, Mike heißt er übrigens. Okay, ja, das war es soweit. Jetzt noch LKWs abschicken, dann war es das. Aber, was die Stadt nochmal angeht, also, ich habe echt so oft Pech mit dem Lebensmittelgeschäft. Ich weiß nicht, warum. Ob ich da irgendwie, glaube ich, aber ich will jetzt auch nicht meine Produktion ändern, weil selbst wenn, Lebensmittelgeschäft ist sowieso das schlechteste Gebäude. Also nicht das schlechteste, es geht ja schnell, aber von den Produkten her, XP her, gibt es halt schon wenig. Also deswegen weiß ich nicht, meine Produktion ist eigentlich im Moment gut so, weil ich halt Pension, Kurbad, Kino immer füllen kann, Souvenirladen auch, das heißt halt nur Lebensmittelgeschäft und Imbiss, die halt übrig bleiben am Ende. Aber das macht ja dann nicht so viel mehr aus am Ende. Ja, hier werden noch ein paar LKWs abgeschickt. Und sie ist am Krokant auch fast schon komplett da. Danke für die Spende. Sehr nett. Geht immer sehr schnell hier. Ja, heute auch keine unchristliche Uhrzeit, heute nur normale. Sirup habe ich am Start. Ich glaube, das dauert ja noch, bis ich alle LKWs abgeschickt habe, oder? Aber es geht, geht schneller. Heute sind wieder viele Ärzte in der Zeitung, in der Shop, wollte ich sagen. Es ist immer echt Glücksspiel. Oh, nice. Ich weiß auch nicht, wieso. Also bei den Ärzten kannst du auf jeden Fall nicht danach gehen, wie groß die Scheune ist, weil das würde keinen Sinn machen. Wie viel man in der Scheune hat, meine ich. Weil bei den Scheunen und Siloerweiterungen ist es ja immer so, ey, so viel wie du in der Scheune hast, das bekommst du am wenigsten. Ne, das was du am wenigsten hast, bekommst du auch am wenigsten so. Und ja. Das wird bei den Ärzten nicht so sein, weil entweder gibt es die oder es gibt die gar nicht, weil wenn einer Ärzte drin hat, hat er meistens eh alle drin. Deswegen finde ich das immer ein bisschen komisch, wenn man manchmal so Tage hat, wo viele Ärzte in der Zeit sind, manchmal hat man aber auch Tage, wo gar keine drin sind. Wie letztes Mal im Stream zum Beispiel. Da habe ich ja keine Ärzte in der ganzen Zeitung gefunden, was total bescheuert war. Was mich auch sehr aufgeregt hat, weil da habe ich ja Ärzte gebraucht. Es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn ich mir hier, wenn ich Minenzeug jetzt in die Mine schmeiße. Aber so an sich ist es halt schon ein bisschen doof. Was geht denn hier ab? Oh, Puber möchte, dass wir im Garten Farmarbeiten erledigen. Kommen wir mit Tom. Nur mit Tom komme ich. Also wenn Tom nicht dabei ist, dann habe ich verloren. Ja, Puber wohnt in Kanada. Deswegen. Kanada. Deswegen mit dem Elch das. Ausgewandert. Einfach so. Tja, ich glaube das... Obwohl, ne, das mache ich nicht. Wegen Sushi. Sushi brauche ich noch. Ist das nächste auch Puzzletal? Also ich hatte echt Glück, dass das Schiff Puzzletal war. Hat man ja auch nicht so oft. Ich weiß, die wollte ich mal einsammeln, aber das mache ich jetzt nicht. Mal so dringend brauche ich die jetzt nicht, oder? Wie viele habe ich davon? Null. Okay. Ich glaube, ich brauche die doch. Dann sammeln wir die nur ein. Das war es aber jetzt hier für den Part. Leute, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch für künftige Updates wünscht. Was ihr denkt, was dieses Update kommt. Und ja, ob ihr euch aufs Update freut. Wird mich mal interessieren. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ein schönes Wochenende. Muss mich kurz konzentrieren. Aber ich bin so nicht multitaskingfähig, ne? Manchmal. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, das gerne einen Daumen nach oben. Abo, da hat mich sehr freuen. Denkt an den Creator Code immer. Danke an jeden, der mich dann eingibt. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein. Und Ciao-y. 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 Ciao-y.